Geschwindigkeit und Flexibilität. Im Wettbewerb entscheidende Faktoren. Nutzer von Tableau haben das erkannt. Sie wollen intelligente Analysen und Performance. Sie wollen ihre Daten schnell visualisieren und verstehen können. Häufig aber ist das Quellsystem im Backend dafür zu schwach. Mit dem Tableau-Turbo von Exasol bekommen Tableau-Nutzer von allem mehr. Mehr Flexibilität, mehr Skalierbarkeit, mehr Geschwindigkeit. Die Echtzeitanalyse von immensen Datenmengen, das ist der Tableau-Turbo von Exasol. Die Einbindung von Exasol in die bestehende IT-Infrastruktur ist einfach und schnell. Strukturierte und unstrukturierte Daten, auch aus Hadoop-Systemen, werden unkompliziert eingebunden. Visualisieren Sie viele Milliarden Datensätze aus verschiedenen Quellen. Reportings, Analysen und Datenexplorationen sind extrem beschleunigt. Zusätzliche Tuning-Freiheiten ermöglichen eine noch flexiblere, noch individuellere Tableau-Nutzung. Big Data – kein Problem. Nutzen Sie eines unserer verschiedenen Tableau-Turbo-Angebote auch als Cloud-Lösung erhältlich. Bringen Sie Ihre Daten auf die Überholspur und zünden Sie den Tableau-Turbo von Exasol.